Mein Herr, Präsidents Ton bittet Sie mit Nachdruck, Ihre Sangeslust zu zügeln. Ich singe aber so gern. Sie verscheuchen damit die Fische? Ihre vielleicht. Meine stecken den Kopf aus dem Wasser, damit sie besser hören können. Bei der Gelegenheit fange ich sie. Ach, die haben Sie alle hier gefangen? Haben Sie gedacht in der Badewanne? Nicht unbedingt. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Einstellung des Gesangs. Mr. Stone, Ihre ersehnte Ruhe ist wieder hergestellt. Typischer Fall von Rückfälligkeit.